Kann echt gut sein Ich bin gespannt drauf Oh der Buffs ja Das Ding ist eins Brick äh victory left Brack Rennert hier Hier Rennert Die müssen in der Zone Sorry und wie ich nicht helfe Ah sind alle rausgekrannt Auch die Länge bei 31 HP Und dann ist der Neel Haben wir links hin, die sind? Ja ich sind überall alle los Ja ja alle die Sollten immer viel zu klein, ein Reminder Sniper sind gut gegen den, oder? Ja auch Sniper sind ziemlich gut Hits den Lock ist echt super Kann sogar echt sein Hab ihn, hab ihn, hab ihn Find's halt schade, dass das Shift nicht so What? I'm close to shatter Ich bin hier, ich kann contesten Mit E mit E mit E mit E Ah Ich glaub man muss, wenn du, wenn man 2CP auf maximum stall spielt, muss man ähm Das um die Ecke stellen und dann nur mit dem Radius arbeiten Die sind alle low Naja, ich weiß was du meinst Die hatten jetzt, die hatten jetzt gerade richtig Probleme dazu zu stallen Ich komme mit Shatter, falls ihr das noch holen könnt Ist Winniper oder nicht? Ist Winniper oder nicht? Ja ist Winniper Oh nice, nice, oh So ein Blizzard Ich glaube halt echt, dass äh Wie du sagst so auf Ecke Ja auf jeden Fall Die haben jetzt schon gerade Nano Reinhard war an meinem Gesicht Der hat mich nicht getötet Nano Reinhard, kennst du Er schwingt hier einfach nur rein So er nimmt ja gar nix, weißte Pepega So Shatter kann natürlich dann mit deinem Problem sein Trance für den Grab Tracer hinter uns, ich hab Shatter E, in die Trace Er ist Trine Er ist da Ich kann runter drauf mit E Wollte bei E? Oh mein Gott Ich bin tot, bin tot, bin tot, bin tot Ich bin tot Rein 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 Los klar rein 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 E, bei gar nix Er ist lecker Er ist laut Er batest Oh wow Wah, oh nein Play slow einfach Play slow schw thì ist sehr stark Da können die eigentlich recht schnell zerstören, diese Fielde. Hast du ein Discon? Ne, aber der hat hohe Feuerfahrzeuge. Der macht ja eigentlich... Die haben kein E. Coin! 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 Ich heil dich, lass... Nein! Geh es gleich down. Damage bloß! Damage! Yo! Weißt du, was krank ist? Wenn du das eh playst, die Ult mittendrin und einfach Chill Dance machst. Einfach hin und her, hin und her, hin und her, hin und her. Kannst du, glaub ich, auch ziemlich, ziemlich weit machen. Kann auch ziemlich so Klatschplay sein. Ich brauche Help, ich brauche Help. Ich mach das eh auf euch. Ich mach das, das fällt ja auf. Oh mein Gott, die haben fett ruhig. Nicht den Ball. Ich komm, ich komm! Verwacht, Balldown! Rein, Raph. Keine, ich hab keine. Ah, ich bin gestickt. 3. Traffic War. Geht mit euch. Link. Ah, f... Geht ein bisschen raus, Leute. Uh! God damn! Hallo! Der Bult. Red Shooter. Ok, bleib bisschen safe dann. Jetzt reicht's mein Stück das Lowe. Zarya links, die Reft gleich. Ich glaube eh. Ja, 1. 1, 1. Nothing, nothing more, nothing more. Uiuiui. Uiuiuiui. Wuhuuu. 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 Silber damage noch? Wuhuuu. 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 Echt cool für die Waffe. Muss ich sagen, halt mir. Muss doch gucken wie das mit Skins aussieht. Der drückende Skinpotenzial also. Der Waffe und so. Wuhuuu. 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 Vorne, vorne, vorne. Wuhuuu. 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 Wuhuu. Wuhuu. Ich mache hoch. W estado drinnen, werf das denn im ii. Versooche es. Jaa bis hin. �v t זyim. Null. Geil. Armste. Do you want a bandage for that? Ingame kann er sagen. Do you want a bandage for that? Wie geht das? Ich hab keine Taster dafür belegt. Ich hab keine Taster dafür belegt. Ich hab keine Taster dafür. C ist bei mir jump. C ist bei dir jump. Ja auch. Achso. Ne. Hinau. Ah. Ich hab keine Taster. Ich hab keine Taster drauf. Ah du musst halt immer die Brühe. Ich muss links nicht machen. Ah der kommt. Fuck. Ich weiß nicht. Ah. Ah. Boah das ist echt glaube ich tode schwer einzunehmen. Mal for real alter. Mal echt. Mit dem E. Das ist hier einfach eine normale Ability die voll viel Counter hat. Mal. Das ist so dumm. Das ist also 2CPs komplett noch schlechtester Modus ever. Also das ist wirklich. Das ist zu viel. Das ist echt zu viel. Ich weiß echt jetzt. Also jetzt gerade weiß ich nicht welche Combo dagegen gut ist. Du brauchst irgendeine Combo. Womit du das eher abwarten kannst. Und dann noch fett rein comboen kannst. Und es ist literally only GOATS. Weil only GOATS hat zählt. Sombra GOATS. Sombra GOATS auch. Irgendwie sowas. Aber es ist halt wirklich only. Also ich seh nur GOATS. Also. Ich glaub du kannst auch gerne Pick Potential machen. Danach machen die halt eh. Und alles. Boah. Das ist. Ich denke er wird Must Pick auf 2CP. Ja. Der Ball Must Pick ey. So wie ich mir. Wenn ich mir das so jetzt vorstelle. Das ist krank ey. Das ist echt schon nicht schlecht. Kann man das Gerät? Ja das kann man. Das kann man destroyen. Das ist auch. Ja ne stell dir mal vor. Ähm. Die sind alle. Dein Senator ist gestorben mit Trans. Und er ist halt auf dem Weg zurück. Und ihr müsst stallen oder so. Dann machst du einfach ein E. Der stallt euch dann bitte hin. Und dann kommt dann zurück mit der Trans. Vor allem das gestor zu lange. Weil wenn du es selbst destroyst. Diese eine Sekunde. Allein eine Sekunde unsterblich sein ich ja schon. Den Sane so. Das ist auch. Das ist zum Beispiel gerade. Wir wurden alle geschedert. Eva ab. Und ich konnte noch trancen oder so. Keine Ahnung. Ja. Das ist wirklich. Das ist zu heftig. Und wie viel Ultrasch du generierst. Weil die halt unsterblich sind. Weißt du. Keine Ahnung. Dieses Shift da. Das Shift ist ja auch. Eigentlich für die Bastel. Wenn man das mir überlegt. Ja ja. Ich rück einfach und hab Heal. Ist halt auch wieder doof. Also. Richtig sehr auf sich selber. Ich seh halt wirklich. Mit dem. Einfach wie der Ghost. Ich will jetzt nicht zu viel. So am Anfang wieder. Weißt du. Kann sein. Kann sein. Dass irgendeiner den Counter noch rausfindet. Aber so. Ich glaube auch Widow ist nicht schlecht. Ne. Wenn man so wie Last natürlich rein hättet. So wie in ihrer. Ma. Die Potential. Weil du machst ja für einen. Machst jetzt nicht. Machst ja nicht. Aber gerade so frechte Sachen. Die gut sind. Wenn du hast geflanzelt. Hier. Lebst. Du darfst nur drinnen. Ja. Oh. Jetzt bin wir gewollt. Komm mal. Das linke. Ja. Bist du. Und du. 301. 301 Punchable. Oh Gott. Nein. Ich bin raus. Ich bin getrapped. Genau aus. Hab das Ding. Nein. Ah. Ich bin auch getrapped. Oh Mann. Nice. Keine Ahnung. W W W. Kannst auch einfach in das Should reingehen, wenn Junkerd ulchert. ja also ich keine ahnung mir gefällt hat diese eine sekunde ich meine man kann gut herumspielen aber trotzdem also wenn er gepickt ist dann wird sich alles um dieses dumme e drücken drehen so haben die e haben die keine e das ist einfach gamechanger also muss halt echt meta neu machen wenn der dabei ist wir müssen irgendwie auf den punkt und ich mach ein e ok 3 2 1 das ist gut das schreiberdink ich will mal sagen da war unser eh länger wir wurden gewollt wir müssen tot sein weil wir müssen tot sein und weil die einfach das eh nicht destroyen verkacken die den fight das ist halt kacke das ist halt scheiße mit dem e ich finde ja das ist zu also ich finde das nicht leicht targetable so hat sehr viel leben und selbst wenn du es soll bleibst nach noch eine sekunde ich weiß nicht ich weiß nicht aber ich mag dass man dass das halt eine normale ability ist wenn es eine ult ich meine keine ahnung ich kenne es halt ich kenne es halt aus anderen spielen als eine ult ist unsterblichkeit normale fähigkeit 20 sekunden ist ein guter cooldown ja mercy als die gerestert version ich hätte halt lieber lieber ich hätte lieber als e 20 sekunden so ein ganz kleines damagefeld weißt du weil ganz ehrlich du benutzt mehr das e also du hast mehr value von der e mehr also einen größeren zeitraum von value sag ich mal wo das useful ist als die ult weil die ult setzt du und man geht andere seite oder man geht in deckung oder sonstige